Tchung, tchung 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 Okay, das geht wieder leer Schön Tchung So Aber wieso braucht der da 3,26 24,0 von 3,3 Wir haben noch hier 24 Achso, ich muss das komplett leer machen, oder wie? Ich kann das nicht leer machen Mode Okay Auf jeden Fall brauchen wir noch diesen Item Sin Chasing Und wir brauchen noch 2 Oh, wie heißt das jetzt? Genau 2 von Den da Wie viel brauchen wir da jetzt nochmal genau? 1,2,3,4 Ja Und das machen wir mal eben zu Ja So Zack So Raw Carbon Mesh Und ab in den Kompressor Und das war's dafür Jetzt brauchen wir noch Acht Stück Davon Daraus können wir uns jetzt diesen Item Chasing machen Und Und Was fehlt noch? Iron Ein elektrischer Motor Ah Zwei Vier Ich hab zu viel davon gemacht Super, wir brauchen Zinn Wir brauchen erstmal noch einen neuen Hammer Oh Oh Das ist so anstrengend Das Craften Wir haben keinen Zinn mehr Hm 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 Da 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 Singt ein neues Lied Da 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 Keine Ahnung wie es weiter geht Hm 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 So Erstmal machen wir den Motor Aha Der ist schon mal Fertig Komm her mit dir Dann Haben wir die beiden Damit können wir den Woops Da ist der Den Basic Machine Zu einem Advanced Machine Casing bauen Dann Der Mining Laser Den haben wir schon Ich wette daran liegt wieder alles Dass es nicht funktioniert Motor Basic Wir haben kein Eisen Das liegt jetzt am Eisen Das ist doch Das ist doch Hm 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 Öp Da da Und Der Mining Laser Und es funktioniert wirklich Super So die Zentrifuge Die braucht auch Energie Ich fürchte ich müsste mal hier die Kabel austauschen und durch Glasfaser ersetzen Denn wir brauchen ziemlich viel Energie Denn wir brauchen ziemlich viel Energie Jetzt inzwischen Das ist ein Scanner Thermalzentrifuge Gut Dann müssten wir das Clay drinnen machen Wo haben wir Clay Wir hätten das irgendwo hingeschleppt Genau hier So Mach ich mal ein bisschen Clay Blocks Ah Falsche Seite Hier rein Gut dass ich das noch aufgehoben habe Das wird jetzt In den Macurator Zerstoßen Ja Haben wir hier irgendwo Ja da haben wir noch die Sachen drinnen So Dann machen wir hier noch ein bisschen Für Unsere Lieben Teile Für unsere Liebes Keine Ahnung Wie ich es aussprechen soll Für das Teil Massfabricator heißt es Scrapboxen So Hier rein mit dir Du kommst schon mit Und in die Zentrifuge Äh Muss ich irgendwas in der Zentrifuge beachten Heat Brauchen wir vielleicht Lava Die wir hier haben Hm Usage Nein Warte mal Warte mal Wir müssen Das Ding hat Keine Hitze Das Ding ist auch noch nicht voll aufgeladen Vielleicht liegt es daran Ich habe keine Ahnung was ich gerade mache Das ist immer das beste wenn man keine Ahnung hat So Ich guck erstmal mit dem Mem Memory Das Ding Und das macht man Receipts Gut Das muss voll aufgeladen sein Scheinbar Gut Gut Bist du jetzt gleich aufgeladen Ja du bist jetzt gleich aufgeladen Das ist sehr schön Das wollte ich in der Zwischenzeit noch machen Äh Kann ich schon irgendwas scannen was ich dringend brauche Rubber Rubber zum Beispiel Rubber zum Beispiel Ich weiß jetzt dummerweise auch nicht wie man das bedient Ich muss mir das eigentlich nochmal durchlesen Wie man das genau bedient Deshalb baue ich das jetzt erstmal alles Und gucke nachher Ah Der braucht ein gewisses Hitzelevel Gut Jetzt Okay Okay Gut zu wissen Der braucht ein gewisses Hitzelevel Das Ding kann weg Und was ich jetzt mache Ist ganz klar Ich Äh Sorge mich um die neue Versorgung dieser Gerätschaften Und Bin so klug und Baue gleich hier alles ab Indem ich Neue Kabel hinbaue Na Allee So rum Glasfaserkabel Silverdust Energetikum Und Glas Glas haben wir hier irgendwo noch rumfliegen Das weiß ich Da haben wir es So Silver Und wir brauchen nur ein paar Diamanten würde ich sagen Nehmen wir am Anfang mal 4 Oder 8 8 Eigentlich ist besser Denn das passt von der Auflösung Dann haben wir halt ein paar Kabel mehr So So Zack Beilt euch mal ein bisschen Was haben wir hier inzwischen Kann ich denn noch was aufladen Die haben ein Jetpack Das braucht es dringend Das muss voll sein Ein Helm ist dann glaube ich auch schon das erste Mal aufgeladen Die Schuhe Die sind nicht aufgeladen Egal Ach Das Ding funktioniert nicht richtig Wenn man das nicht Okay Gut zu wissen Receips Aus Schön zu wissen dass das Ding nicht funktioniert wenn man es nicht richtig braucht So So Das Ding läuft Das Ding läuft Das Ding Läuft auch halbfix So das habe ich dummerweise ich Nein das habe ich jetzt Ich